UNTERTITELUNG Ich versichere Ihnen, dass ich bereits Verstärkung aus den Kernsystemen auf den langen Sprungen das Grenzland vorbereite. Halten Sie heute den Hafen von Demeter und vereiteln Sie den verzweifelten Versuch, unserer Zivilisation zu schaden. Und Sie werden schon morgen die Früchte Ihres Tuns ernten. Vice Admiral Graves, die Welt liegt in Ihren Händen. Ja, Sir. Alle Piloten bereit machen. Gut, das war's dann also schon mal. Ich gucke gerade, ob ich irgendwas machen kann. Ich habe nur jetzt gerade freigeschaltet, diesen Elektro-Rauch. Wir nutzen es für den nochmal. Wenn man die benutzt, dann kannst du feindliche Piloten, die gerade auf dir rumreiten, in so einen Nebel eintauchen und wenn die nicht schnell genug abhauen, dann sterben die. Das ist eine ganz gute Abwehr dagegen. Und ja, guck mal, ich finde das Vortex-Shield eigentlich viel wichtiger, weil wenn man gegen Titan kämpft, dann ist das schon zwischen Sieg und Niederlage entscheidend, finde ich. Wenn du so viel nachladen musst und der andere gerade auf ihn draufholst, dann hältst du dann einfach mit dem Vortex-Shield und gibst es ihm wieder, seine eigenen Munition sozusagen. Aber naja, wir testen jetzt nochmal ein bisschen was aus hier. Vielleicht nehmen wir jetzt nochmal eine andere Klasse, dann fängt man eben jetzt hier die Karabiner zur Abwechslung. Ein bisschen eintönig. Schlachtbrief ist er. Genau. Die Miliz denkt, dass sie uns mit dem Angriff auf unser größtes Tankdepot aussperren kann. Korrigieren Sie diesen Bild. Graves out. Piloten, verteidigen Sie die Hardpoints. Wenn die Miliz den Reaktorkern überlädt, ist es aus. Also los. Ende 3, Einsatzbereit. Ende 4 ist bereit. Ich hasse das. Ruhe! Initialisiere Startsequenz. Reparation bestätigt. Bitte warten, nähern uns Eintrittsschicht. Aufreißen in 3, 2, 1, jetzt. Bäm, das ist nochmal eine Landung hier gewesen. Ja, okay, geile Sache. Jetzt check ich glaube ich auch erst so ganz. Also ich glaube, man kann diese Kampagne anscheinend dann zweimal durchspielen. Und ich glaube, jetzt spielen wir gerade auf der Seite von dieser Föderation oder was auch immer. Und dann merkt man wahrscheinlich dann auch mal gegen die Leute, die man dann kippt, wenn man dann als Miliz spielt. Das ist eine Hardpoints, damit wir den Reaktor abschalten können, bevor es zur Kernschmelze kommt. Wenn das passiert, wird die Mister durch die Kettenreaktion zerstört. Und die IMC kann auf Jahre keine Truppen in das Grenzland verlegen. Was ist das? Wie hälte das? Gut. So, erstmal was mit der Karabinerwaffe. Ah, der geht auch ganz gut ab. Whee! Ah, von hinten! Scheiße, den hätte ich da was gehabt. Schade. Okay, ich sehe ja nicht echt. Versuchen wir mal diesen Hemlock, was auch immer das sein soll. Gerade gekommen. Okay, also so eine Burst-Waffe ist das. Ich glaube, die kriegt man ja später. Wie ist das? Der ist aber gut geleckt. Wie ist das? Okay. Okay. Können Sie das verhindern? Natürlich weiß Admirals. Aber Sie könnten sie manuell überladen. So, fast. Schade. Okay. Okay. Ja, die ist auch nicht schlecht, die Waffe. Bisschen präziser zwar. Ey, willst du meinen Tide, bitte? Ja, nicht, mein Junge! Ja, bleibt einfach echt drauf. Bis zu, wo sind wir denn? So. Aber jetzt gucken wir mal. Ja, mein Junge. Das ist irgendwie so ein bisschen an Ange-Turne. Da gab es auch so eine komische Waffe, die man so aufladen konnte. Ich bin immer so... Oh, oh, oh. Was ist denn auch so saupräzise war? Ah, komm, ey! Steck her raus, steck her raus! Hä? Ja, habt euch nie gedrückt, aber naja, gut egal, was solls. Ich bin im Sinn! Spidey-Sensoren, los geht's! Ich weiß nicht, was das noch mal gebracht hat. Naja, so hier mit dem Rocket Launcher. Die bearbeiten wir schon noch. Nene! Nene! Ah, jetzt hat er aber... Ah, nicht schlecht! Gut, gut! Halten wir uns je länger mit dem Scheiß Titan auf! So bitte die Menschenjagd! Ja, da bitte hin! Ah, ja, mein Gott! Weil denn die Titan einen anvisiert hätte, da haste ich gar keine Chance mehr! Aber... Wie heißt das? Voll mit Voll bekämpfen? Aka Titan mit Titan bekämpfen? Hohohohoho! Ja, okay! Wenn die aufgeladenen einmal trifft, dann hast du irgendwie schon fast den Insta-Kill! Oh, genau! Ganz knapp! Oh mein Gott! Von mir kommen! Und wohin? Ah, ist leider okay! Ich gehe mal wieder auf B! Ich gehe mal wieder auf B! Ja, ne, ne, mein Junge! Hahaha! So, da wollte ich mich kicken! Aber... Da gibt's schon einen Arsch-Kick! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Das war halt nicht gut! Ja, das geht dann gut! Das ist ein Vorteil! Warte auf Ihr Signal! Eingehende Übertragung! McAllen! Stelle ihn durch! Oh! Wachen Sie auf, Marcus! Sie hätten mich vor 15 Jahren stoppen können! Stattdessen... Gaben Sie mir das Schiff! Sir, ich habe den Mist keinem Visier! Den hole ich mir! Bleiben Sie dran! Blitz! Nicht fließen! Wenn Sie einen Kühlkreislauf treffen, fliegt Ihr Laden in die Luft! Nur Nahkampfattacken! Vorher! Mit Vergnügen! Ah, fachst du bist! Scheiße! Ah, wir sind ein bisschen in die Augen Zwischen zwei gefangen! So, wie ist das? Dann haben wir nochmal schnell die Spitze die Arsch-Aberfe ausgesteuert! Na gut, das sind vielleicht die besten, ne? Titan! Was? So können die... können die KI-Gegene dann auch kicken? What? Hä, mit was denn? Der wird jetzt explodiert, oder was? Na gut, egal. Ich glaube, bei B kann man eigentlich fast bleiben. Ich glaube, dass du die... ... die gute Action immer gut sagst. Wir brauchen jetzt eh erstmal ein paar Punkte. Achso, man kann nicht ewig da oben bleiben, ne? Ich glaube, der ist sehr gut. Und dann habe ich den D-m-D-E-M-A, nicht in den D-m-A-A-A-A-A-A-A-A-A für den D-m-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! gerade in so einem Spiel, Snipern oder wie, Mars. Ah, fuck. Ich glaube, ich habe meinen Titan direkt in der Nähe. Oh, springe halt raus! Ah, gut, okay, die Waffe ist nicht so die Geiz, der ich finde. Weil das dauert halt schon sehr lange, bis man da mal... ...eigenfalls noch aufgeladen. Oh, nein, nein! Da versteckt er sich. ...die Abhaltung des Reaktors löst an der Puls-Defonation auf, die unweigerlich zur Zerstörung von Rimetern führt. Die Situation ist inakzessabel. Ah, okay. Pilot, wir verlieren die Stadt mit einem knappen Rückstand. Bringen Sie sofort alle Handball-Terminals unter Kontrolle. Ah, das wird... Netten! Jetzt hocken wir doch alle nur in ihren Typhons drauf. Du will Wuppe! Ah, ne, noch verloren, okay. Wir schicken euch ein paar Bergungsschiffe. Wir holen euch raus. Ich will den Schwanz reinziehen und schnell abbrauen wie die kleinen Schweinehunde. Ah, nun bin ich jetzt durchgeflogen. Cool, da kann man durchflängen. Ich will den Schwungssicherheitsabstand. Marcus, Sie sagt mir vor 15 Jahren an Bord der Odyssey, ich soll das Schiff nehmen. Jetzt haben Sie dieselbe Wahl. Sie werden Ihnen folgen, Marcus. Probieren Sie es. Sie können einem Ex-AMC vergeben, so wie mir. Boah, nicht schlecht. Oh, kann man nochmal? Ah, okay. Sie haben es in der Hand, mein Freund. Nehmen Sie das Schiff. Ich glaube, ich habe nicht überlebt. Okay. Im Grenzland wurde heute der INC Hafen Dimitar von Rebellen der Miliz attackiert. Die Berichte sind unklar, aber es gibt Hinweise, dass die dortigen Tankanlagen während der Gefechte schwer beschädigt wurden. Sie haben uns von den Kernsystemen abgeschnitten. Wir sitzen auf der falschen Seite fest, Sir. Ja, das stimmt. Der Verbleib mehrerer Hufsangirten an dem Konflikt beteiligter Offiziere, einschließlich Vice Admiral Marcus Grace, ist derzeit unbekannt. Okay, also, hat mal wieder die Miliz ordentlich ausgeteilt. Aber macht denn nichts. Ja, war eine ganz lustige Runde, wie ich fand. Oh, was haben wir hier noch beigestellt? Ich schalte jetzt dafür. Klabiner, auch nicht schlecht. Und hier Titan-Kid. So, sonst ist das System-mäßig schneller, aber kann man auf das System-Kid nehmen. Gut, alles klar. Das war's dann wieder von hier. Man, like und kommentieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann gleich beim nächsten Mal. Wenn Sie da heißt, so cool auf The Titanfall. Macht's gut, bis dann. See ya!